Herzlich Willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 496. Mein Name ist René Außerdem, heute mit dabei der Duke. Ja, servus, hallo. Und nachdem es letzte Woche irgendwie eher so ältere Menschen waren, die hier ins Mikro gesprochen haben, diese Woche auch dabei die Stimme der Jugend, Patricia. Jugend, okay. Hi, hallo. Ja, im Vergleich zu uns wahrscheinlich schon. Ja, ist doch auch mal schön, sich hier jung zu fühlen in dieser Runde. Ja, nachdem wir irgendwie mit der Frage, die wir letzte Woche gestellt haben, Alex und ich, nämlich wann die Leute eingestiegen sind, diesen Podcast zu hören. Ich glaube, sich der ein oder andere ziemlich alt vorkam oder festgestellt hat, dass der ein oder andere ziemlich alt ist, weil wir haben eine ganze Reihe von Rückmeldungen bekommen von Menschen, die gesagt haben, sie sind so irgendwann zwischen Folge 8 und 12 eingestiegen. Ach du Jemen. Ja, das heißt, es gibt Menschen, die haben schon rund 480 Folgen von diesem Podcast gehört in den letzten zwölf Jahren, wo wir das jetzt machen. Ich glaube, da realisiert man dann, wie alt man ist. Und ich glaube, ich habe dann danach realisiert, wie lange es tatsächlich Menschen schon gibt, die uns hier zuhören und immer noch dabei sind, was ich großartig finde. Von daher meinen größten Respekt und vielen, vielen Dank, dass ihr so lange da schon dabei seid. Und vielen, vielen Dank geht auch diese Woche an Unterstützerinnen und Unterstützer dieses Formats, nämlich an den Jörg, an den Florian, an den Damian und an die Christa. Die haben uns nämlich finanziell in der vergangenen Woche unterstützt, was einfach dazu beiträgt, dass wir Woche für Woche hier über ganz viele tolle Fußballdinge sprechen können. Und dafür sind wir sehr dankbar. Und wenn ihr da draußen das auch machen wollt, dann schaut ihr mal auf eintracht-podcast.de vorbei. Und da gibt es eine Support-Seite und da findet ihr alle Infos, wie ihr uns hier unterstützen könnt. Damit wir nämlich dann vielleicht auch im neuen Jahr über weitere historische Dinge bei der Eintracht sprechen können. Vorgestern, das ja möglicherweise letzte oder es hätte das letzte Spiel der Eintracht in der UEFA Champions League sein können. Und gerade wenn man auf die erste Halbzeit guckt oder wenn man live dabei war nach den ersten 45 Minuten, sah es auch sehr danach aus. Und das Ende vom Lied war, dass die Eintracht nur um Haaresbreite dran vorbei geschraubt ist, am Ende Gruppensieger zu sein. Aber anyway, sie sind Zweiter und sind damit safe im Achtelfinale. Ich tue mich immer noch ein bisschen schwer, das so richtig zu realisieren. Patricia, fragen wir doch mal dich, wie geht es dir damit? Wie viel davon hast du schon realisiert? Ja, ist natürlich schwierig. Also man freut sich und man sagt das auch immer wieder. Man versucht sich das vor Augen zu führen. Aber ich glaube, so richtig checkst du das erst, wenn es wieder so weit ist, dass dieses Spiel stattfindet, dass der Gegner feststeht und so weiter und so fort. Und selbst dann. Also ich habe es auch im Stadion zuletzt gesagt, immer bei jedem einzelnen Champions League Spiel, bei dem du im Stadion stehst, musst du dir wieder vor Augen führen, was hier gerade los ist. Also irgendwie jedes Mal, wenn dann diese Champions League Hymne ertönt, denkst du dir so, hä? Weil, also es ist wirklich wahr und irgendwie, ich habe es noch nicht so ganz realisiert. Also generell diese Champions League Teilnahme nicht. Und geschweige denn, das Achtelfinale zu erreichen, ist es halt einfach, ja, krass. Und wir sagen es immer wieder so, wir hätten nicht gedacht, was hier alles möglich ist mit der Eintracht und was wir alles erleben dürfen. Und es ist halt einfach so. Also ich weiß nicht, wie man das immer noch toppen kann und irgendwie weiter Superlative geschrieben werden. Das ist schon ganz, ganz groß und macht sehr viel Spaß aktuell, muss man sagen. Dennis, wie geht es dir? Wie viel hast du realisiert? Also Patricia hat es sehr schön gesagt, wenn wir am Montag in der Auslosung im Topf auch wirklich Eintracht Frankfurt steht, wovon wir mal ausgehen sollten. Es ist ja klar, dass wir in dem Topf da drin sind. Ja, ja, also wenn nicht alles falsch läuft, sind wir da drin und Leute, beste 16, Champions League, geil. Also ich muss dir wirklich sagen, René, du hast ja schön angefangen, der Spielverlauf, die kleine Depression zur Halbzeit und ich glaube, da waren wir wirklich ja Vierter, oder? Zur Halbzeit, war es so? Zur Halbzeit wären wir komplett raus gewesen, weil wir zurücklagen, weil Marseille geführt hat gegen Tottenham. Wo man ja schon irgendwie auch so ein bisschen sickig war. Ich glaube, Son war zu dem Zeitpunkt auch schon ausgewechselt worden, weil der hatte ja auch irgendwie, also bei Tottenham, weil der ja auch irgendwie da eins an den Kopf gekriegt hat. Also es sah halt alles irgendwie nicht geil aus, auch erst recht nicht, wenn man so ein bisschen auf die Spielweise der Eintracht in den ersten 45 Minuten geguckt hat, wo man so das Gefühl hatte, boah, wir kommen irgendwie so richtig gar nicht in Trapp. Wir finden irgendwie keinen Zugang zum Spiel. E. Bimbe nicht richtig ins Tempo gekommen, weil er immer wieder geblockt war. Der war frustriert. Pellegrini wirkte für mich so ein bisschen wie so ein Fremdkörper. Also wenn man da allein auf die ersten 45 Minuten guckt, dann, also ich war zumindest gedanklich unterwegs, als ich gesagt habe, geil, dass wir das mal erlebt haben. Aber das war jetzt hier alles irgendwie eine Nummer zu groß für uns und am Ende war er das dann. Ich fand gar nicht zu groß, sondern wie du sagst, so einen rabenschwarzen Tag erwischt. Wenn du überlegst, wie geil Lindström die letzten immer Spiele auch performt hat und dann einen absoluten rabenschwarzen Tag erwischt hat. Er konnte sich ja auf der Seite, habe gesagt, Mensch, da habe ich ja noch gar nicht am Ball gesehen, was der spielt. Du hast ja auch die anderen Spieler, wir wollen ja auch keine Einzelkritik wieder machen. Aber es war natürlich an der Stelle schon so, dass dieses Kollektive, heute haben wir einfach einen Misstag erwischt gegen Lissabon, hättest du einfach mehr gebraucht in der ersten Halbzeit. Und dann muss man ja sagen, dann muss man auch ein Einzellob trotzdem jetzt aussprechen. Rode kommt und macht sehr viel richtig und der Spielverlauf läuft in eine ganz andere Richtung. Wahnsinn, also war schon wirklich surreal und begriffen habe ich das immer noch nicht. Warum auf einmal dieser Umschwung kam, warum wir auf einmal performt haben. Und dass es natürlich am Ende dann so ausgeht, dass du hier mit eigener Kraft, wo jeder gesagt hat, Mensch, die müssten jetzt die letzten zwei Spiele gewinnen, fast unmöglich. Die Eintracht, da können sie froh sein, wenn sie europäisch noch überwintern. Dann hast du noch diesen Nackenschlag in der Halbzeit, dass du erst mal denkst, Mist, jetzt bist du jetzt nicht mal Dritter und steigst in die Euroleague ab, sondern bist komplett raus. Also Wahnsinn, offensichtlich haben die Coaches da die richtigen Worte gefunden, haben die Mannschaft richtig motiviert. Und es war meiner Meinung nach eine ganz andere Mannschaft. Und das nicht mal, weil sie qualitativ am Anfang nicht mithalten konnten, sondern einfach das überhaupt nicht auf den Platz gebracht haben. Warum auch immer, keine Ahnung, aber vielleicht habt ihr eine Erklärung, Patricia, warum konnten wir es in der ersten Halbzeit nicht auf den Platz bringen? Ich fand, also hast du schon angeschnitten, aber die Einwechslung von Rode ganz, ganz, ganz wichtig. Ich glaube, das hat richtig, richtig viel mit der Mannschaft gemacht. Der hat Stabilität reingebracht, der hat Ordnung reingebracht und auch, wenn ich nicht vergessen will, ist Knauf. Der kam ja auch dann rein und hat einen deutlich besseren Tag erwischt, finde ich, als Dina Ebimbe, der eine sehr, sehr gute Leistung in den letzten Spielen auch gebracht hat. Aber ich fand, gegen Sporting war das jetzt nicht ganz so krass dafür, aber Knauf, der auch sofort reinkam und sofort Impact aufs Spiel hatte. Und ich glaube, da wurde wirklich viel mit den Wechseln richtig gemacht. Plus Kamada wurde dann ja vorgezogen, weil Rode auf die Doppel-Sechs gerückt ist. Und ja, ich glaube, das hat alles dazu beigetragen, dass das ganze Spiel der Eintracht einfach sicherer wurde. Und ja, zielstrebiger auch nach vorne. Es hatte eine ganz andere Selbstverständlichkeit auf einmal. Und ja, Lindström wurde ja rausgenommen. Ich glaube, Glasner hat aber auch nach dem Spiel gesagt, dass er sich auch schon vor dem Spiel nicht so gut gefühlt hat. Und von daher, glaube ich, war das dann wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung, ihn da rauszunehmen und umzustellen. Weil wir haben gesehen, das war, also die zweite Halbzeit war nicht zu vergleichen mit der ersten. Und ja, es hat sich ja dann auch ausgezahlt am Ende. Ja, also definitiv. Rode ist ja nicht umsonst am Ende dann auch Man of the Match geworden. Der ja auch innerhalb der 45 Minuten, die er gespielt hat, auch deutlich mehr Pässe, Zweikämpfe etc. hatte. Also du hast einfach gemerkt, dass da eine ganz andere Dynamik dadurch auf dem Platz war. Und das ist sicherlich dann auch das, was Glasner ja auch im Nachhinein in der Pressekonferenz gesagt hat. Dass er ja auch in der Halbzeitpause mit der Mannschaft gesprochen hat und gesagt hat, so nach dem Motto, sie sollen nicht die Köpfe hängen lassen. Sie sollen auf das Vertrauen, was sie können, wie sie gespielt haben in der Vergangenheit, was quasi Eintracht Frankfurt ausmacht. Und in Kombination da mit dem Rode wechselt, der das halt einfach in dem Moment ab der ersten Sekunde, die er da auf dem Feld stand, so dermaßen verkörpert hat. Diese komplette Dynamik da in jeden Zweikampf rein, aber nicht nur irgendwie einfach kopflos, sondern immer mit dem nötigen Verstand und Antrieb und Umschaltmomente kreiert. Und dass das einfach zusätzlich diese Mannschaft noch mitgerissen hat. Und ich glaube auch, dass dann so ein bisschen das System von Sporting in dem Moment, die ja teilweise sehr defensiv standen, dann auch so ein Stück weit ins Wackeln gebracht hat. Weil er halt einfach mit dieser Aggressivität, die er da auf den Platz gebracht hat und mit der Dynamik einfach auch Leute auf sich gezogen hat. Und damit auch so ein Stück weit dieses System von Sporting erschüttert hat und damit einfach auch Räume geschaffen hat. Du hast halt danach auch gesehen, dass dann auch ein Moani auf einmal auch Platz hatte und Möglichkeiten hatten, da das auszunutzen. Also spätestens beim 2 zu 1 für die Eintracht hast du es ja gesehen, was passiert, wenn du einen Lupferpasta reinspielst und was passiert, wenn Moani einfach auch mal die Möglichkeit hat, in den Lauf zu kommen und sich dann dabei auch noch irgendwie durchzusetzen. Also das war ja pure Willenskraft am Ende des Tages. Das war eine Knauf-Vorlage, glaube ich. Das war eine Knauf-Vorlage. Der hat quasi in der Drehung einfach auf Verdacht und auf pures Vertrauen, dass da vorne einer hinläuft oder steht, einfach so in der Drehung diesen Ball über die Abwehrlinie drüber gechippt. Schon was Feines, ja. Mann, Mann, Mann. Ja, wie er sich durchgesetzt hat auch, Kolo Moani dann. Also allein dieses gegen den Gegenspieler durchsetzen und dann den Ball noch so treffen, mit dem Vollspann einfach ins lange Eck rein. Im Vollspann. Du musst dazu sagen, vorher war ja noch nicht nur sich gegen den Gegenspieler durchsetzen, sondern dann auch noch so mit der Schulter quasi den Ball noch mitnehmen, um dann, wie du schon sagst, mit Vollspann das Ding dann ins lange Eck am Torhüter vorbei. Und wer jubelt bitte so ehrlich und so schön wie Kolo Moani? Es macht mir so viel Spaß, dem zuzusehen, wenn der ein Tor macht. So, der schreit sich das richtig von der Seele, dann reißt er sich da halb das Wappen ab und dann hat er noch irgendwie vor dem Publikum diesen Adler gemacht mit den Fingern. Das macht einfach so viel Spaß und das freut mich für ihn persönlich auch, weil ich das Gefühl hatte, so in der Champions League hatte er bisher nicht die glücklichsten Spiele. Und ich glaube auch, die gegnerischen Mannschaften haben sich immer gut auf ihn eingestellt und wussten, okay, pass auf, den müssen wir irgendwie aus dem Spiel nehmen. Und das hat bis dahin auch gut geklappt und deswegen sehr schön, dass er sich hier in so einem wichtigen Spiel auch belohnen konnte und das geklappt hat mit so einem Tor. Plus nochmal, um auf Rode zurückzukommen, wie krass ist das, dass der einfach die meisten Zweikämpfe gewonnen hat, obwohl er 45 Minuten nur gespielt hat. Also, das musst du auch erstmal machen. Ich glaube, das ist auch so ein Typ, das ist einfach so ein Endspielcharaktertyp. Also, das war schon in Sevilla so, der kann das einfach, das war damals gegen Benfica im Waldstadion und so. Der hat das einfach in sich, der weiß, wenn es um was geht und dann reißt der, glaube ich, auch das ganze Team mit. Das ist absoluter Wahnsinn, was der Mann in sich hat. Ich wollte gerade sagen, an der Stelle dann aber bitte auch nicht vergessen, dass wir im Vorfeld von dieser Saison auch drüber gesprochen haben, wie gut es ist, dass wir Ersatz haben für dieses Mittelfeld, weil wir nicht wissen, wie oft und wie lange der Körper von Rode das noch mitmacht, diese Belastung mit der Verletzungshistorie und dann reißt der einfach auch Spiele ab und dann diese 45 Minuten, also allein beim Zugucken war ich ja schon fix und alle. Ja, also das ist einfach auch gar nicht, man kann das gar nicht hoch genug anerkennen, was der in diesen 45 Minuten da sowohl mental als auch körperlich geleistet hat. Opfert sich halt da auch ein bisschen auf und da sprichst du aber einen wichtigen Punkt an, das kann er halt nicht hier in, ich weiß nicht, 50 Spielen in der Saison bringen, sondern das funktioniert halt leider nur noch, ja, wenn das dann mal in so einem wichtigen Spiel in der Halbzeit funktioniert, ist das natürlich super geil. Ich fand aber auch in den anderen Spielen in der Champions League, man merkt das, das ist jemand, ihr sagt das für die besonderen Momente, wie er sich gefreut hat, ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel er das erste Mal, beim ersten Heimspiel hat er, glaube ich, gefehlt, oder war das nicht so? Und dann beim zweiten Spiel konnte er dann als Kapitän auflaufen, hat das erste Mal vorne, was der, das ist diese Freude, diese Lust darauf, verkörpert halt abseits dieser Kommerzialisierungsmaschinerie immer noch dieses, ich habe Bock auf Fußball, ich habe Bock auf ein großes Spiel und macht Spaß und ich glaube auch wirklich, da habt ihr was Wichtiges gesagt, dass der die Mannschaft mit anstecken kann und die Spieler, wenn du dann aber natürlich auch so ein Potenzial auf dem Platz hast, wie, und da muss man auch wieder sagen, ein Götze, der einfach Qualität mit reinbringt, Kulumuani, meine Güte, was nimmt er dem auf zwei Meter, nimmt er ihm drei Meter ab, so ungefähr in diesem Zweikampf, wo du denkst, wie geht das überhaupt? Wahnsinn, also wir sehen, wir haben viele Leute sehr viel richtig gemacht. Ich glaube, das fragt sich der Verteidiger von Sporting heute auch noch, wie das geht. Albträume, ja, hast du dir vor, also bei denen war es ja wirklich Glück, wo wir vorhin noch gesagt haben, Pech für uns so ein bisschen, dass du in der letzten Sekunde der Nachspielzeit nach 95 Minuten nur Zweiter bist in der Gruppe. Für Sporting, meine Güte, die hätten ja geheult, die wären ja komplett raus gewesen. Die haben ja im Endeffekt, sind die gerade noch so in die Euroleague jetzt gerutscht, weil da im Endeffekt eine 95 Minute und waren auch in der Zwischenzeit mal Tabellenerste und so weiter. Was ist ein Irrsinn? Schaut euch das mal an, da wirst du wahnsinnig. Also diese enge Gruppe, das passt so richtig zur Eintracht. Enges, krankes Zeug und einfach geil, dass es am Ende gereicht hat. Wobei ich jetzt im Nachhinein auch durchaus sagen kann, also so ein bisschen weniger Spannung in dieser Gruppe hätte ich schon auch okay gefunden. Es war irgendwie so klar, dass es so kommen muss. Ja, genau. Ist so ein typisches Eintracht-Ding, ja, ja, irgendwie. Aber ich muss auch sagen, zur Halbzeit habe ich mir noch gedacht, das wäre auch ein typisches Eintracht-Ding hier mit irgendwie Rekordpunktzahl gefühlt vierter zu werden. Also du hast ja trotzdem, wie viele Punkte hätte man gehabt, zwölf? Oder nee, wie viele Punkte haben wir jetzt am Ende? Zehn. Also sieben hatten wir, glaube ich, oder? Ja, genau. Ja, jetzt am Ende haben wir zehn. Wir hätten dann sieben gehabt, ja. Genau, dass du dann aber halt irgendwie rausfliegst als viertplatzierter, das wäre halt irgendwie Quatsch gewesen, aber es wäre auch wieder typisch gewesen. Ich hätte mir gedacht, ja, natürlich gewinnt jetzt Marseille gegen Tottenham. Ja, natürlich verliert die Eintracht das gegen Sporting, warum auch nicht so, ne? Und dann, ja, ich habe auch ewig nicht gecheckt, dass in der 90. plus 5 da Tottenham nochmal ein Tor gemacht hat. Ich habe irgendwie längste Zeit gedacht, die Eintracht ist Gruppenerster, bis ich dann irgendwie einen Post für Fußball 2000 vorbereitet habe und den dann nochmal schnell geändert habe, bevor wir ihn rausgehauen haben, weil drauf stand Gruppensieger und ich dachte mir so, ach so, hoppla, das habe ich gar nicht mitbekommen, dass da irgendwie 90. plus 5 noch was passiert ist, weil ich einfach mit der Eintracht beschäftigt war und dachte, einfach weiter so, ne? Was aber ja auch irgendwie gepasst hätte, zu sagen, okay, jetzt hast du sowieso schon quasi Historisches geschrieben, weil du der erste Verein bist, der in seiner Debütteilnahme in der Champions League dann auch noch die Gruppenphase übersteht. Da wäre natürlich jetzt auch noch irgendwie das Tröpfchen drauf gewesen, zu sagen, du hast nicht nur die Gruppenphase bestanden, sondern du hast sie auch noch als Tabellenerster mit einer negativen Torbilanz. Also wir hatten zu dem Zeitpunkt ja auch minus ein Tor. Also ich glaube, das wäre jetzt auch irgendwie an Slapstick nicht mehr zu überbieten gewesen. Ja, aber ich sage am Ende, es ist auch egal, es ist weiter und wer hätte das vorher auch gedacht, so du hast die Gruppe bekommen, du hast dir gedacht, naja, wäre cool, ist auch irgendwie möglich weiterzukommen, aber schon ein hartes Programm und es erwartet niemand von der Eintracht und es muss auch nicht sein und wir sind auch stolz, wenn es nicht klappt so. Euroleague wäre schön und auf einmal schaffst du das einfach. Und ich muss auch ehrlich sagen, ich bin froh, dass es Sporting geschafft hat und nicht Marseille einfach aus Karma-Gründen. Und ich finde auch, Sporting war generell das bessere Team. Also die haben ja auch, wie die gestartet sind in diese Champions League-Saison, wenn die jetzt wirklich komplett aus Europa rausgeflogen wären, wäre das auch schon bitter genug, überhaupt nicht durchzukommen und du wirst dich auch nicht freuen über Euroleague in der Situation, aber es wäre irgendwie unverdient gewesen, glaube ich, Vierter zu werden. Von daher ist es, glaube ich, alles, wie es kam, letztendlich doch okay. Und wenn wir auch nicht über einzelne Spieler so großartig sprechen wollen, müssen wir aber, glaube ich, dann trotzdem an dieser Stelle auch nochmal über Herrn Kamada sprechen und diesen Elfmeter. Also die Aktion quasi, du musst dir da irgendeinen, weiß ich nicht, Shit-Talk von dem Torhüter anhören, kriegst irgendwie von, weiß ich nicht, zwölf Milliarden Menschen Laserpointer ins Gesicht und dann grinst du einfach nur und haust diesen Elfmeter mit einer Selbstverständlichkeit da in dieses Ding rein. Also, das war schon aller Ehren wert und hat auch mindestens nochmal irgendwie 500.000 auf die künftigen Gehaltsvorstellungen dieses Spielers obendrauf gebracht. Da siehst du die Weiterentwicklung von Kamada. Das ist wirklich nochmal dieser große Schritt, den wir damals schon angesprochen haben. Ich weiß gar nicht, bei welchem Spiel es war, wo er auch die Courage gezeigt hat, jetzt kommt mal hier, Kamada macht das jetzt mal und Elfmeter verwandelt, alles gut. Er ist auf jeden Fall richtig erwachsen geworden und wenn du dann natürlich nach so einer Situation in so einem wichtigen Spiel, mal blöd gesagt, die Eier hast, da zu sagen, jetzt schiebe ich den ein und lachst noch ein bisschen über die, ihr wollt mich hier jetzt noch ablenken. Ich glaube, Patricia, du hast auch was retweetet, das sind so, bei diesem Video, wo es dann ist, die ersten drei Sekunden, das war wirklich das Beste, einfach dieses, du bist im Laserpoint, lachst noch und knallst das Ding dann souverän. Muss man sagen, klar, du verlierst halt den Torwart, deshalb sieht es natürlich auch umso besser aus, wenn der Torwart in die andere Ecke geht, könnte es natürlich ein bisschen enger werden. Aber das ist am Ende nicht entscheidend. Kamada hat gezeigt, dass er es kann. Kamada ist mittlerweile wirklich ein richtig wichtiger Spieler geworden in der Mannschaft und wie oft haben wir hier, ach Kamada, was willst du mit Kamada, können wir nicht mal irgendwie wechseln, gibt es nicht was Besseres? Und heute muss man sagen, oh mein Gott, lasst euch mal was einfallen, vielleicht gibt es noch irgendein Konstrukt, das der auch im nächsten Jahr noch für uns spielt. Das wäre schon schön, weil es natürlich eine der wichtigsten Säulen momentan ist. Also ich muss wirklich sagen, souverän über alle Klassen hinweg, sowohl in der Champions League als auch in der Bundesliga, eine richtige starke Strebe geworden, der, wenn er uns wirklich verlässt, fehlen wird. Also habt ihr richtig, nochmal genau richtig gemacht, dass ihr gesagt habt, den muss man nochmal erwähnen, nicht nur, weil er das Tor generell den Elfmeter gemacht hat, sondern weil er einfach so eine riesen Weiterentwicklung gemacht hat. Also für mich wirklich ein ganz toller, wichtiger Spieler. Ja, absolut, wie er auch den, also dieses Grinsen vor dem Elfmeter, aber auch dann direkt den Ball aus dem Tor zu holen. Und dann wurde der noch so angerempelt von einem Sporting-Spieler und der hat dem so einen Blick verpasst danach. Also das, was er wirklich gefressen hat, war ja alles, ey. Ja, und dann bringt er halt den Ball zur Mittellinie wieder und ich dachte mir so, das ist so, also eine richtig krasse Ausstrahlung und was er für ein Selbstbewusstsein hat und was, keine Ahnung, das war einfach so komplett badass, die ganze Szene. Und ich glaube, ich werde mich da noch als Rentnerin irgendwann dran erinnern, was der an diesem Abend abgerissen hat. Also Kamada ist einfach der Wahnsinn, das ist so ein starker Spieler und ja, wenn man ihn irgendwie halten kann, ich glaube aus Realismusgründen nicht dran, aber ich träume dann immer noch so ein Prozent und die Hoffnung stirbt zuletzt, aber ich genieße das jetzt, solange er da ist, weil das ist absolut krass und ich fand, der war lange Zeit wirklich underrated. Ich weiß auch, hier in diesem Podcast hatten wir Diskussionen über ihn. Ich weiß gar nicht, ob es Alex und ich waren, die immer noch so pro Kamada waren, als alle noch irgendwie genervt waren, zu Recht wahrscheinlich auch zu bestimmten Punkten. Aber ja, ich fand den lange underrated, aber mittlerweile kriegt er auch die Anerkennung, die er verdient und es freut mich. Und man muss auch sagen, wie krass konstant der geworden ist. Das war immer so ein bisschen das Problem, dass du wusstest, was er kann, aber es nicht immer auf den Platz gebracht hat. Aber in dieser Saison, in der letzten schon, aber auch in dieser Saison vor allem, wie er einfach in jedem Spiel glänzt, ist krass. Also ja, kann man gar nicht mehr viel sagen, sehr, sehr souverän. Und ich glaube, ihr habt es richtig gesagt, sehr erwachsener Spieler mittlerweile. Ja, also es ehrt dich sehr, dass du Alex gedanklich in die Pro-Kamada-Schiene schiebst, aber Alex und ich waren eigentlich immer sehr stark eher in der No-Kamada-Sektion. Sicher? Dann weiß ich nicht, welcher Spieler es war. Weil ich weiß noch, mit Alex war ich mir auch bei einem Spieler einig, wo alle anderen dagegen waren. Und ich weiß nicht mehr, welcher das war. Es war nicht Kamada, da waren wir eigentlich immer sehr... Vielleicht war es Lindström damals, als auch alle gesagt haben, der ist zu dünn und der schafft das körperlich nicht. Das kann sein. Das kann sein, aber Kamada war immer schwierig bei uns. Da hast du recht. Na gut, bei mir nicht. Ja, hast du recht behalten und mit Lindström ja auch. Also von daher... Also was lernen wir daraus? Hört auf mich. Hört auf Patrizia, wenn die sagt, Spieler sind underrated, dann hat sie da vollkommen recht. Genau. Gib den Spielern Zeit, das siehst du einfach. Gib den Spielern einfach ein bisschen Zeit. Zeit und auch das richtige Umfeld und auch den richtigen Trainer. Also wenn wir über Spieler sprechen, dürfen wir glaube ich auch nicht vergessen, wie groß der Anteil von Oliver Klaasner jetzt in den letzten Jahren ist, an dieser Weiterentwicklung der Mannschaft, ihr das Selbstvertrauen zu geben, das Handwerkszeug an die Hand zu geben, die Spieler dort zu integrieren, auf die Stärken der Spieler zu achten. Also ich glaube auch, das sollte man an dieser Stelle nicht vergessen. Jetzt aber, da sind wir bei einem ganz wichtigen Punkt. Du darfst nicht vergessen, wenn du dir anschaust, mit eigentlich welcher Mannschaft wir hier das geschafft haben, in der Champions League, in die Gruppenphase, fast noch als erster zu beenden, muss man ja immer wieder dazu sagen, es war ja wirklich knapp. Es war knapp. Du hast hier Spiele, ein Jarkic in der Innenverteidigerposition, ein Dina Ebimbe als Rechtsverteidiger, Rechtsaußen, ein Pellegrini, ja, links, es ist alles zusammengestückelt, es ist alles zusammengeschustert und irgendwie, und das war jetzt nur in dem, dann war Jarkic ja auch schon anders auf der rechten Seite und so weiter. Also du siehst, das Potenzial der Spieler ist hier nicht immer so, dass du sagst, die sind Nummer eins besetzt oder das ist ein Spieler, der normalerweise, wenn alle anderen fit wären, würde er da jetzt spielen und dass du es dann noch schaffst, unter diesen Bedingungen. Klar, die anderen haben auch Probleme, ich glaube auch bei Lissabon haben einige gefehlt und so weiter und so fort. Das höre ich, kriege ich jetzt sicherlich wieder an den Kopf geworfen, schaue nicht nur auf die Eintracht, schaue auch auf die anderen, die haben genau die gleichen Probleme. Ja, das stimmt, sicherlich, aber in so ein Konstrukt wie die Eintracht, die hier einfach das erste Mal erlebt und einfach nicht schon Serienmeister, Serien-Champions-League-Sieger oder zumindest in die K.O.-Runde eingezogen ist, wiegt das meiner Meinung nach nochmal mehr, dass du es irgendwie hinbekommst, diese Gegebenheiten zu nehmen und dann auch noch es erfolgreich umzusetzen. Ein Smolchic auch, der ja reingekommen ist, der ja auch wieder souverän, also das sind alle Spieler, wo du normalerweise sagst, Wahnsinn, dass die überhaupt in der Champions League zum Einsatz jetzt so gekommen sind, auf dieser Position und es dann auch noch so performen, dass du am Ende als Sieger vom Platz gehst. Geil, finde ich einfach nur super. Nochmal ein ganz großes Lob an alle, die im Endeffekt da beteiligt sind. Von Trainer hast du natürlich recht, René, dass man den nicht vergessen darf. Aber auch jeder der Spieler, die vor Ort sind, es gibt ja auch manche, die sagen, ich will nur auf meiner Position spielen, weil der Rest, da fühle ich mich nicht wohl und ich will lieber nicht blöd aussehen. Muss man sagen, hier eine geile Sache, dass wir es wirklich schaffen, mit dem Potenzial und mit dem Spielerpotenzial, was wir haben, so weit und so viel rauszuholen. Also geil, super, finde ich es klasse und auch ein Knauf, ihr habt es richtig angesprochen, verletzt gewesen, jetzt kam er zurück, jetzt hat er auch ein bisschen Zeit gebraucht und dann macht er so einen Pass in diesen Situationen die Vorbereitung zu Colomar nie, auch das generell, wie er sich aufgehalten hat auf dem Platz. Geil, wunderbar, einfach nur schön und wie gesagt, ich komme aus dem Schwärmen gar nicht raus, dementsprechend höre ich jetzt mal auf, sonst wird das für alle Beteiligten viel zu spät. Wenn du gerade Smallschutz angesprochen hast, ganz ehrlich, aber auch dieses Selbstvertrauen von unserem Trainer, an Jarkic, der ja schon gerne auch mal dazu tendiert, sich mit dem Schiri anzulegen und vielleicht auch mal ein bisschen übermotiviert in so einen Foul zu gehen, der in der, wann hat der die gelbe Karte gesehen? Sechste, siebte Minute, irgendwie was? Und den dann auch viel zu früh, viel zu früh, Jarkic war der Erste, viel zu früh und dann einfach auch diese Konfidenz von Klaasner zu sagen so, ja, der spielt zwar in der Mitte von der Abwehr und er hat zwar jetzt in der siebten, achten, sechsten Minute gelb gesehen, aber ich lasse den ja jetzt mal bis zur 80. Minute da drauf und man muss dazu sagen, dass der an der 80. Minute noch auf dem Feld stand und ausgewechselt werden konnte, da war auch ein bisschen Glück dabei, also diesen einen Zweikampf, den er da irgendwie in der 70. oder irgendwas hatte, wo er ja auch, sagen wir mal, Körper betont, in diesen Zweikampf da an der Eckfahne mit dem Sportingangreifer gegangen ist, also da hat auch schon, also da hat das ganze Stadion schon gelb-rot gerufen an der Stelle, ja, und dann noch 10 Minuten später den dann erst auswechseln zu können, dieses Vertrauen von Klaasner und die Ruhe zu bewahren, sagen von, ja, klappt schon, wir wechseln den dann später aus, aber lass mal noch spielen, Heilandleben, also. Im Nachhinein ist das eine geile Entscheidung gewesen, das kann dir aber auch in der 20. Minute schon schwer um die Ohren fliegen. Ist richtig, ja. Nein, aber wie du sagst, also es ist die Gesamtleistung einfach genial, ich wollte es nur nochmal, im Endeffekt, was du ja eigentlich schon angerissen hattest mit Klaasner und Co., einfach genial, dass du aus diesem Spielerpotenzial, wo viele sagen, naja, also für die Champions League ist es ein bisschen zu wenig, die Breite ist nicht da, wenn einer ausfällt, dann gehen sie sofort unter, ja, klar hast du im Endeffekt am Anfang ein bisschen Lehrgeld bezahlt bei dem Spielhinspiel hier gegen Sporting, aber ansonsten eigentlich überall eine souveräne Leistung gezeigt. Ja, und das bedeutet, dass jetzt am Ende für die Eintracht, sie ist in der Runde der letzten 16, hat aus dem Überstehen der Gruppenphase aus den drei Siegen dem einen Unentschieden und ihrer Platzierung alleine schon 35 Millionen Preisgeld mitgenommen, kriegt jetzt nochmal 10 Millionen on top, dafür, dass sie jetzt im Achtelfinale steht, mal so zum Vergleich, wenn du das Achtelfinale in der Euroleague spielst, kriegst du 1,2 Millionen, also ein geringfügiger Unterschied und Auslosung ist am Montag, ich glaube um 12, wenn ich das richtig im Kopf habe. Ja. Jo. Und da wir ja Zweiter in der Gruppenphase sind, werden wir ja zwangsläufig einem Gruppenersten zugelost, ne? Ja, ist aber eigentlich auch letztendlich okay, glaube ich, weil Vereine wie Liverpool und PSG sind Zweiter geworden. Ja, das ist korrekt. Also, die können wir nicht kriegen. Wir haben die Wahl zwischen Neapel, die sind Gruppenerster geworden, FC Porto, Bayern geht, glaube ich, noch nicht gleiches Land, ist noch nicht drin. Genau, also die werden dann quasi raus. Tottenham war ja mit uns in der Gruppe, die dürften wir demnach ja auch nicht kriegen können, ne? Richtig. Nee, geht auch nicht. Genau, dann haben wir Chelsea, Real und Manchester City und Benfica. Benfica, ja, genau. Also, Angstgegner für mich, wenn wir mal so rum anfangen, wäre definitiv Manchester, aber nicht, weil ich Angst habe vor der Mannschaft, sondern weil ich Angst hätte, dass einfach Haarland uns komplett alleine aufrisst. Das wäre auch mein Hassgegner, da hätte ich überhaupt keine Lust drauf. Erstens mag ich Manchester City nicht, Haarland einfach viel zu krass unterwegs, es ist eine sehr, sehr gute Mannschaft, man kann halten von ihm, was man will, ich bin nicht der allergrößte Pep-Fan, hier, ich habe es gesagt, aber es ist trotzdem ein sehr, sehr guter Trainer, der seine Mannschaften, ja, perfekt einstellt, das wäre sehr, sehr schwer und ich hätte da doch auch schon vor der Mannschaft an sich ein bisschen Angst, muss ich sagen. sagen, das wäre mein absolutes Horror los und auch Real Madrid muss ich nicht unbedingt, muss ich sagen, also erstens hat die Eintracht schon gegen Real gespielt, aber irgendwie das ist auch so eine Turniermannschaft so ein bisschen, nee, ich brauche es auch nicht wieder unbedingt, aber ja, ich weiß nicht, wie ihr es seht, habt ihr Wunschmannschaften vielleicht sogar. Also erst mal, ich würde dem Real-Thema folgen, ich hatte es ja schon gesagt, als wir im Supercup gegen die gespielt haben, ich habe einfach eine grundlegende Abneigung gegen Mannschaften aus der La Liga, ganz besonders gegen Real, gut Barcelona haben wir schon gehabt, das hätte ich aber trotzdem und Atletico, also die drei brauche ich vorne bis hinten nicht, die können einfach weg. Wunschmannschaft, also wenn ich mir was aussuchen könnte, ich habe so einen leichten Sweetspot für die Kombination Eintracht gegen Neapel, da hätte ich irgendwie Bock drauf. Fragt mich nicht, warum, aber das wäre irgendwie so mein Wunschlos-Gegner. Dennis, was mit dir? Ja, also wunschlos schwierig, wenn ich eigentlich nicht haben will, ist Chelsea auch, so das Chelsea-Trauma ist noch nicht ganz verarbeitet, das will ich jetzt noch nicht haben und ja, im Endeffekt Porto, Neapel, Lissabon, das sind auf jeden Fall alle drei eigentlich attraktiv und wenn ich es jetzt mir jetzt aussuchen müsste, ich weiß gar nicht, wie haben die denn performt, gut haben alle Gruppen als Gruppenerste natürlich schon hier ordentlich, aber gab es jemanden, der hier mega, mega performt hat und den man definitiv nicht von den drei erwischen sollte, ich habe gerade die Tabellen nicht so eng im Kopf. Also ich glaube, am solidesten waren die Bayern in allen Gruppen, aber die können wir ja nicht kriegen, also die sind ja einfach mit sechs Siegen da durchmarschiert. Ich glaube, Neapel war auch die, das war das nette Flip-App-Pool-Ding. Fünf Siege, eine Niederlage, Porto, vier Siege, zwei Niederlagen, Chelsea, vier Siege, ein Unentschieden, eine Niederlage, Real auch, Man City, vier Siege, zwei Unentschieden, also auch zumindest keine Niederlage, Benfica, auch vier Siege, zwei Unentschieden. Das ist grob wie gedoppt, also dann suchen wir uns das Stadion, das größte Stadion aus. Ich sag mal, am Ende des Tages reden wir halt davon, die Runde der letzten 16 in der Champions League, also da ist es auch am Ende vollkommen egal, wen du da hast, die sind alle aus einem guten Grund da, da waren halt auch, also da ist jetzt keiner dabei, weil er einfach mit Glück und irgendwie 15 Mal Dusel da irgendwie durchgerutscht ist. Ja, also das kannst du ja eh abschminken. Ja, Schwerwitz oder so. Schwerwitz oder so. Mein erster Impuls war Porto, also ich weiß nicht warum, aber ich hätte am liebsten Porto, auch eine schöne Stadt, obwohl wir jetzt in Portugal waren, beziehungsweise ich nicht, wir vielleicht nicht, aber viele, ich weiß gar nicht, war irgendjemand von euch? Nee, oder? Nein. Nee. Ja, aber sehr, sehr cool eigentlich und von daher war das so mein erster Impuls, aber auch Neapel und Benfica fände ich auch cool. Also von daher, es wird schon letztendlich Manchester City werden, wenn ich schon so rede, aber. Ja, ist jetzt leider nicht ganz unwahrscheinlich. Sag mal, am Ende ist auch das Spiel noch nicht verloren. Nee, auf keinen Fall. Sie müssen ja alle erstmal gegen uns spielen. Wir haben ja jetzt ja auch, ich meine, in der Champions League, aber auch in der letzten Euroleague-Saison gezeigt, dass wir uns auch durchaus auf solche Dinge einstellen können. Ich glaube auch, dass wir zu Hause nochmal eine ganz andere Nummer auswärts, denn du hast es gerade eben angesprochen, abhängig von der Größe des Stadions werden da auch eine Menge Menschen dann im Stadion sein oder auch vor dem Stadion. Ich meine, das muss man natürlich jetzt als Downside aus dem Lissabon-Ding sehen. Sie haben halt aus dem gelernt, was da in Barcelona los war und haben sich dann lieber entschieden, eine Reihe von Plätzen leer zu lassen, anstatt da einen Überhang von Eintracht-Fans im Stadion zuzulassen. Je nachdem, was du halt als Gegner da bekommst, könnten die in eine ähnliche Richtung gehen. Aber es muss erst mal gespielt werden und noch ist es nicht verloren. Von daher, ich glaube, mit dem Selbstvertrauen. Es ist noch nicht mal ausgelost. Es ist noch nicht mal ausgelost. Warten wir mal den Montag ab. Endlich sind es K.O.-Spiele und das ist einfach. Also da kann alles passieren und wir haben es ja auch gesehen, die Eintracht weiß zu überraschen und ja, die kann so was, sie ist heiß auf solche Spiele und ich würde mich fast schon aus dem Fenster lehnen, dass die Eintracht heißer ist als viele andere Mannschaften auf dieses Spiel, einfach weil es ja so was Neues ist. Also du bist da zum ersten Mal vertreten und in der Champions League K.O.-Phase. Ich glaube, du gehst da immer mit noch einem Funken mehr Motivation rein, was einerseits gut sein kann, andererseits, wie wir es gesehen haben, beim ersten Champions League Spiel gegen Sporting kann es auch schief gehen, da kannst du auch mal irgendwie nervös auftreten und dann wird es nichts. Das werden wir sehen, aber so oder so, ich glaube, was Besonderes wird es auf jeden Fall für die Eintracht und auch für die Fans und von daher als Neuling ist es immer, es ist immer was Cooles, Besonderes und es wird so oder so schön. Ja, also da hast du vollkommen recht, das wird definitiv so sein, dass das sowohl von der Mannschaft als auch von den Fans als auch von den Verantwortlichen rundherum so dermaßen zelebriert werden wird, egal wie das Spiel am Ende des Tages ausgeht. Man hätte schon wesentlich mehr geschafft, als man realistisch erhoffen durfte am Anfang. Man hat zwar immer gesagt, man möchte es versuchen, aber man hat es jetzt am Ende auch geschafft, also man ist schon weit über sein mögliches Ziel drüber hinaus. Alles, was jetzt kommt, ist ein Bonus und das sollten wir als solchen ansehen, das wären einfach nochmal zwei geile Spiele in dem höchsten europäischen Wettbewerb und dann, ja, mal gucken, was da noch drin ist. Ja, ein bisschen ähnlich, wie es dir, Patricia, geht mit von wegen, am Ende wird es dann wahrscheinlich sowieso irgendwie Manchester City ist, wenn wir mal ein bisschen weggucken von Champions League auf die Bundesliga, da ist der nächste Gegner mindestens ebenso schwer Spiele wie Manchester City, aber nicht, weil es einfach nur der FC Augsburg ist, sondern weil wir halt auch die Eintracht sind und wir ganz genau wissen, wie solche Spiele in der Vergangenheit ausgegangen sind, wenn wir von so einem Hoch kommen, das schreit ja quasi förmlich nach, wir kriegen die Hucke voll. Patricia, kannst du mir erklären und mich motivieren, warum das am Samstag nicht so werden wird? Nee, ich möchte da gar nicht dran denken, ehrlich gesagt. Das ist so ein, das ist auch so, es ist halt auch noch so ein typischer Gegner, es ist halt Augsburg und ich vermisse hier in dieser Runde jetzt Marvin, der immer einen wunderschönen Augsburg-Rant hier zum Besten gegeben hat. Das werde ich jetzt nicht tun, aber es ist halt, es ist schon wieder so prädestiniert und ich habe keine Lust, aber ich hoffe, dass die Eintracht da einfach weiter mit dem Schwung auftritt und irgendwie einfach, ja, dass dem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrückt und sich nicht da irgendwie einlullen lässt, weil wir wissen es alle, Augsburg ist ein sehr, sehr, sehr unangenehmes Pflaster. Besonders in dieser Saison, ich habe es aus allen Ecken jetzt gehört, wie ätzend es ist, gegen die zu spielen. Jede Mannschaft, die gegen die angetreten ist, hat sich beschwert, wie ekelhaft das ist. Von daher ist wahrscheinlich eine der schlechtesten Mannschaften, die du jetzt zu diesem Zeitpunkt so kriegen kannst, nachdem du irgendwie schön Champions League gegen Sporting, die mitspielen, die einen ähnlichen Ansatz, ehrlich gesagt, hatten wie die Eintracht. Und dann kommt Augsburg, das wird eine große Fallhöhe und da muss man sich auch erst mal zu aufraffen und ich hoffe, das schafft die Eintracht, weil ja, es hat ja leider letztes Wochenende nicht sein sollen, sodass man sagen könnte, hey, gut, du hast es gegen Dortmund geschafft, Augsburg wäre ärgerlich, aber ne, es gleicht sich irgendwie aus. Ne, Dortmund ist verloren gegangen, von daher wäre es jetzt nicht so schlecht gegen Augsburg einfach zu gewinnen, weil man ja offensichtlich die bessere Mannschaft ist, aber ja, so leicht geht es dann nämlich nicht, ne, also wir kennen es ja schon. Von daher habe ich da auch Respekt vor und bin mal gespannt, wie ärgerlich das am Ende sein wird. Vielleicht werden wir auch eines Besseren belehrt und es wird ein sehr deutliches, klares Spiel für die Eintracht, woran ich im Moment noch nicht glauben kann, aber vielleicht. Ja, also ich habe jetzt zwar noch kein Augsburg-Spiel gesehen, weil ich jetzt auch einfach keinen Grund hätte, mir ein Augsburg-Spiel ohne Eintracht-Beteiligung tatsächlich anzugucken, aber. Niemand hat einen Grund, ein Augsburg-Spiel zu gucken. Sendungstitel incoming. Ja, also ich glaube schon, wie du schon so richtig sagst, Augsburg ist jetzt mit einer der, der, der unnötigsten, aber auch irgendwie in der Historie der Eintracht der logischsten Gegner, die nach so einem, nach so einer Reise, die wir bis jetzt vorgestern hatten, einfach kommen muss. Also es wird definitiv ein ekliges Spiel. Ich glaube, vor allem, was ich so mitbekommen, gelesen, vielleicht an Zusammenfassungen mal irgendwie durch reinen Zufall gesehen habe, ist Augsburg in vielen Fällen einfach sehr drauf bedacht, so ein Spiel komplett zu zerstören und in seine Bestandteile zu zerlegen und den Gegner zu zermürben, um dann glücklich da irgendwie was rauszuholen, was ihnen ja jetzt zwar in der Tabellenplatzierung auch noch nicht so richtig irgendwie geholfen hat, aber es wird halt einfach schon verdammt eklig werden. Da muss man sich sehr viel einfallen lassen, um gegen diesen tiefstehenden Gegner da irgendwas zu kreieren und sich da nicht irgendwie dran aufzureiben. Ich habe allerdings noch die Hoffnung, dass die Eintracht halt einfach aus den Erfahrungen jetzt aus der Champions League und auch aus dem letzten Bundesligaspiel, auch wenn du gerade mir gesagt hast, es ist am Ende nicht glücklich für uns ausgegangen, aber was man unter dem Strich ja festhalten kann, ist, dass wir schon in der Mannschaft die Weiterentwicklung gesehen haben, dass die Mannschaft in der Lage ist, sich so einen Gegner auch irgendwie zurechtzulegen, zu dominieren, da halt auch so ein bisschen den Stempel aufzudrücken und wenn man einfach mit diesem Selbstvertrauen gegen Augsburg reingeht und diesmal vielleicht ein bisschen effektiver ist, seine Chancen, die man vielleicht kreiert und die werden wesentlich weniger sein als die gegen Dortmund, die am Ende dann auch zu nutzen, dann glaube ich schon noch, dass man da eine gewisse Möglichkeit hat, aber es wird halt einfach verdammt anstrengend und eklig werden da am Samstag 90 Minuten lang. Ja, aber ihr sagt das, ihr sagt das doch schon, wir müssen einfach performen wie gegen Dortmund, die Tore müssen halt rein, klar, du wirst weniger Platz haben und so weiter, das ist sicherlich richtig, trotzdem vom Spielkonzept her, ich mache mir da eigentlich wenig Gedanken, dass wir gar nicht zu Chancen kommen, sondern eher, du musst ein bisschen effizienter werden, das ist eh ja eine Thematik, wo viele gesagt haben, oje, ihr hypt alle Kolomuani, jetzt natürlich dieser Aufschwung auch aus der Bundesliga, dass er selbst auch netzt, ist ja super Vorbereiter und alles und auch Kamada, es muss eben, da müssen eben Dinge aus dem Halbfeld kommen oder aus der zweiten Reihe oder es muss mal ein Standard eingeköpft werden, das sind ja sowieso so Themen, worüber wir immer sprechen, da musst du so ein Spiel, wenn du oben mitspielen willst und Leute, wenn wir auf die Tabelle gucken, ist das ja schon der Wahnsinn, dass du immer noch hier auf aktuell Platz 5 absolut in Schlagdistanz zum Champions League Plätzen bist, also da sollten wir, müssen wir uns eigentlich festsetzen und da ist Augsburg definitiv ein Gegner, der zwar schwierig zu bespielen ist, trotzdem von der Qualität her und Patrizia, du hast es vorhin gesagt, die Qualität muss ich einfach durchsetzen an der Stelle und dann müssen wir gewinnen und wenn ich das sage, wird es auf jeden Fall super schwer, das weiß ich auf jeden Fall auch, aber Augsburg ist einfach nicht attraktiv zu schauen, das haben wir auch schon gesagt, aber die performen momentan auch nicht so, dass sie irgendwie jedes Spiel irgendwie dreckig gewinnen, ich glaube, die hatten am letzten Spieltag 2-1 gegen Stuttgart verloren, also müssen wir einfach gucken, also die Chancen machen und ja, dann munter putzen und dann brauchen wir gar nicht mehr über Augsburg in der Runde zu reden, das ist doch schon mal gut. Ja, es ist auch genau das, die Eintracht muss einfach den Schritt auch gehen, dass sie eben gegen solche Mannschaften auch gewinnen kann und das kann sie nur aktuell noch viel zu selten, ist aber denke ich ja auch angedacht, das wurde auch vor der Saison schon gesagt, dass man sich in solche Richtungen auch weiterentwickeln will, dass du halt auch gegen, ja, Gegner, die nicht so entgegenkommend sind, gewinnst und besser performst und das ist halt ein Entwicklungsschritt, den du gehen musst und das braucht Zeit, aber ja, es wäre mal, ich finde, es wäre mal an der Zeit für so ein Sieg gegen so eine Mannschaft, weil zum Beispiel gegen Bochum hat es ja nicht geklappt, warum dann jetzt nicht gegen Augsburg? Also es wäre mal an der Zeit, da in die Richtung zu gehen, auch wenn ich natürlich hier nicht, ja, ich glaube nicht, dass es zu viel verlangt ist, gegen Augsburg zu gewinnen, ich will nur sagen, es sind halt anstrengende Wochen auch und die gehen bestimmt mittlerweile auch schon so ein bisschen auf dem Zahnfleisch, aber gut, da musst du jetzt durch und das hat auch, das hat ja auch Glasner gesagt, die wollen es jetzt bis zum Ende durchziehen und es sind nicht mehr viele Spiele, bis eine Pause ansteht und dann, ja, ist das glaube ich auch der richtige Ansatz, da jetzt einfach nochmal volle Power zu gehen und alles mitzunehmen, was geht und dann gucken wir mal, was wir über den Winter machen, weil so viel Fußball wird es ja nicht zu sehen geben, beziehungsweise lohnenswerten Fußball, um das mal so auszudrücken. Also man sollte eigentlich so gut wie gar keinen Fußball gucken, äh, ne, bin ganz ehrlich, also man sollte sich keine einzige Minute von dieser WM angucken, alle Gründe, warum diese WM da sind, sind so wie sie ist vollkommen falsch und das sollte man mit keiner Minute Aufmerksamkeit belohnen, bin ich ganz strikt. Von daher Pause. Ja, also bei dem Thema definitiv, also ich habe die, die letzten WM-Dinger schon geguckt, nicht geguckt, weil mich die Nationalmannschaft nicht interessiert, aber bei dem Thema schon dreimal nicht. Also, nichts konsumieren, was mit dem Kram zu tun hat, keinerlei Aufmerksamkeit geben, damit sowas bitte nicht nochmal passiert. Das ist das einzige Argument an der Stelle. Jo. Wo war ich denn gerade? Wo war ich denn hin? Achso, ja, Pause. Also ich glaube schon, dass das für die Eintracht-Spieler oder generell für alle Spieler gerade eben extrem anstrengend ist. Also allein mir als Fußball-Konsumierender ist es gerade eben schon extrem anstrengend, so alle drei Tage irgendwie ein Fußballspiel des eigenen Vereins zu sehen. Wenn ich überlege, ich müsste das dann quasi auch noch spielen, plus dann eben ja Vorbereitung, Nachbereitung und das war ja das, was Glasner ja auch schon gesagt hat, dass ja jetzt auch die Vorbereitungen auf die einzelnen Spiele schon reduziert haben, weil er sich auch irgendwie selbst nicht mehr hören kann und auch glaubt, dass das den Spielern irgendwann nicht mehr hilft, was ich auch eine coole Aussage unterm Strich fand. Das ist halt wahrscheinlich einfach schon mega anstrengend, sowohl körperlich als auch mental, vielleicht sogar mental noch ein ganzes Ticken, einen ganzen Ticken mehr als körperlich an der Stelle. Von daher, ja, kann ich das verstehen, dass man das jetzt nochmal durchziehen will, aber es werden halt jetzt einfach noch drei toughe Spieler, zumal man ja auch sagen muss, Augsburg ist der erste von den, von den Dreien. Ich glaube, die versuchen sich auch teilweise so ein bisschen an Attraktivität zu unterbieten, wenn du jetzt einfach guckst, Augsburg, Hoffenheim, Mainz. Also es fällt mir jetzt auch schwer, gerade eben zu sagen, welches das Schlimmste von diesen drei Spielen irgendwie sein wird am Ende des Tages. Am Ende müssen wir aus diesen Spielen unglaublich viele Punkte holen, dann spielst du, dann ist es im Endeffekt wirklich das, worauf du dich eigentlich konzentrieren solltest, nämlich in der Bundesliga, ja, da oben dich festzusetzen. Und das Potenzial ist da. Und ich denke mal, wir kommen ja kurz zur Aufstellung auch fürs nächste Spiel. Wenn wir hier schauen, ich glaube, es fällt, außer Lenz müsste jeder zur Verfügung stehen. Oder gut, Lenz und H7 natürlich, die Klassiker, die jetzt die ganze Zeit wegfallen. Aber ansonsten von der Mannschaft her. Aber sonst dürfte jeder fit sein. Ich habe so ein klitzekleines Fragezeichen an Linström, weil ich jetzt nicht weiß, der ja, wie man ja vorhin sagte, der zur Hälfte ja ausgewechselt wurde, weil er sich ja auch irgendwie nicht so ganz fit gefühlt hat. Und er war ja auch kurz mal umgeknickt, wo ich auch so einen kurzen Herzschmerz-Moment hatte und dachte so, oh Gott, jetzt fällt hier gleich einer aus, einer der wichtigen Spieler, weiß ich nicht. Aber ansonsten dürften so ziemlich alle eigentlich fit sein. Gelb gesperrt ist derzeit auch keiner. Zumindest hatte ich nichts gesehen. Nee, so ist nur vierte Gelber. Ja, der könnte dann nach dem nächsten Spiel eine kleine Zwangspause kriegen. Das ist aber, glaube ich, auch der einzige Kandidat an der Stelle. Was wäre denn eure Aufstellung? Also ich würde an der Stelle ganz klassisch aufstellen, wie wir es auch jetzt in der Champions League gesehen haben, um hier gar nicht groß durchzuwechseln. Also mit Indika, Jakic, Tutta. Gut, Trab im Tor stellt sich ja alleine auf. An der Stelle, wen ich vielleicht mal auf rechts stellen würde, wenn er fit genug ist. Er kam jetzt in der 17. Hat mir gut gefallen, dass man wirklich mal wieder mit Knauf auf rechts anfangen, anstatt Ebimbe. Und ja, für Links, Lenz, haben wir ja schon gesagt, fällt weiterhin aus. Also ich denke, da ist Pellegrini auch zunächst mal die erste Wahl. Oder seht ihr das anders? Alternative Aufstellung gegen Augsburg auch vielleicht was Kreatives, Verrücktes. Nee, ich glaube, ich bin nicht in der Stimmung für was Verrücktes. Ich glaube, die Mannschaft hat sich so gefunden, also zumindest so ein Kern. Und das funktioniert aktuell ganz gut. Und ich würde da, glaube ich, gar nicht viel dran ändern. Einzige, was ich mir auch gedacht hatte, war vielleicht, wie du schon gesagt hast, dass man Knauf reinbringen könnte. Muss nicht sein, kann sein. Einfach auch aus so Belastungssteuerungsgründen, wenn man da so ein bisschen rotieren will, dann wirklich nur so punktuell einzelne Spieler. Hätte ich jetzt auch gedacht. Also ja, ein So wird starten, denke ich. Da kann ein Rode dann wieder eingewechselt werden. Aber ansonsten, ich glaube, ich würde genau mit der Aufstellung reingehen, bis auf vielleicht Knauf in die Startaufstellung. Aber muss auch nicht unbedingt sein. Also so wirklich keine bis eine Änderung maximal. Auch wenn es jetzt verlockt zu sagen, hey, vielleicht mal ein bisschen rotieren, vielleicht mal ein bisschen Belastungssteuerung und so weiter und so fort. Aber nee, ich glaube, ich glaube, die sollten das jetzt auch so durchziehen. Und weil es einfach funktioniert und weil sich das Team, finde ich, gefunden hat und da auch die Abläufe stimmen aktuell. Da sind Automatismen auch mittlerweile Gott sei Dank zu erkennen. Ich finde auch gerade so die Position Götze, der einfach viel besser einfach mittlerweile in dieses Konstrukt passt. Und ihr habt es ja schon gesagt, Kamada ist natürlich auf jeden Fall eine Maschine. Vorne die Alternative. Und das ist ja das Schöne, dass wir hier diese Wechselmöglichkeiten haben und dass du dann einfach mal auch mal sagen kannst, okay, ich ziehe jetzt mal einen Kamada nach vorne. Lindström rotiert dann irgendwann raus, wenn er nicht mehr kann. Oder schiebst dann Ebimbe mal rein oder Rode oder, oder, oder. Also hast ja schon wirklich viele Möglichkeiten vorne im Sturm. Na gut, klar, Alario bisher ein bisschen glücklos. Aber könnte auch bei so einem Spiel, gerade wenn Standards und ich würde es ihm ja auch gönnen, dass er endlich mal, dass dieser elende Knoten platzt. Boré, gut, ist auch jemand, der unglaublich wenig Spielzeit bekommt, der vielleicht ja auch im Winter, zumindest sind ja doch einige Stimmen, die da sagen, vielleicht mal schauen, was da los ist. Ich kann es verstehen, weil eigentlich das Potenzial, was er gezeigt hat, momentan kriegt halt nur sporadisch Minuten. Ist schwierig, muss man schauen. Aber ansonsten bin ich voll, also René, ich denke, du, oder hast du noch irgendjemanden, den du hier gerne mal eine Pause gönnen würdest oder einen auf der Bank, wo du sagst, Mensch, den haben wir ja hier komplett vernachlässigt, der muss mal in die Startelf rücken. Also ich mache es, ich verpasse mir jetzt wahrscheinlich jede Menge Feinde. Ich würde gerne, gar nicht unbedingt einem Spieler eine Pause gönnen, sondern ich würde mir gerne eine Pause gönnen, nämlich mich darüber aufregen zu müssen, dass Pellegrini so halbherzig irgendwie mit zurücktrabt und sich die Defensivtätigkeit der anderen aus sicherer Entfernung anguckt, wo ich mich jede Woche gerade so ein bisschen drüber aufrege. Von daher, wenn ich eine Änderung machen würde, dann würde tatsächlich Pellegrini bei mir auf der Bank landen und ich würde Knauf da hinstellen. Okay, Gegenargument da, gegen Pellegrini ist für mich ein typischer Spieler, der die Spielzeit braucht, der sich einspielen muss, der unbedingt in den Rhythmus kommen muss. Es ist natürlich blöd, dass jeder Rhythmus dann erstmal wieder für sechs Wochen oder was unterbrochen wird, wenn wir hier die zwei Spiele jetzt fertig haben. Trotzdem eigentlich ein Spieler, der glaube ich einfach dieses Dauerspielen braucht. Deshalb würde ich ihn ungern raussetzen, aber deine Kritik ist völlig berechtigt. Es ist schon teilweise, ja, naja, wie soll man sagen, nicht unbedingt das Gelbe vom Ei, was er auf den Platz bringt. Trotzdem, ja, Knauf, gut, Knauf könntest du natürlich auch mal links stellen. Hat er ja. Aber kriegst du dann Knauf von Anfang an, ob er so viel Kraft hat, gut, dann könntest du immer noch Pellegrini irgendwann auch bringen. Aber wie gesagt, also von meiner Seite aus gerne Pellegrini von Anfang an und einfach ein bisschen im Rhythmus lassen. Hoffentlich platzt da dann auch ein bisschen der Knoten. Und ich denke nämlich, vom Potenzial her können wir schon auch mit dem Spaß haben. Ja, maybe. Bis dahin schreie ich aber halt noch sehr massiv den Fernseher an. Ich weiß nicht, ob das dann für meine Nerven so vorteilhaft ist. Patricia, was meinst du? Pellegrini raus, Knaufen auf die Seite? Nee, das ist nicht meine Diskussion, sage ich ganz ehrlich. Da kommt sie wieder raus, die Kreuzer Position. Nee, nee, eigentlich gar nicht, weil ich pro Pellegrini bin, aber halt auch komplett. Und ich finde, der kommt mir viel zu schlecht weg. Also ich verstehe, dass da noch Kritik vorhanden ist und dass da auch noch nicht alles passt und dass da Fehler passieren auf dem Platz. Das stimmt. Und es ist sicherlich keiner von der Konstanz wie Kamada oder noch lange kein Leistungsträger bei der Eintracht. Das stimmt auch. Ich glaube aber, wie Dennis schon richtig gesagt hat, dass wir viel Spaß an ihm haben können, dass das ein richtig gut veranlagter Spieler ist. Und ich finde, er lässt es auch immer wieder aufblitzen. Also ich sehe fast in jedem Spiel eigentlich gute Aktionen von ihm. Ich finde es krass, wie der jede Grätsche perfekt ansetzt, ohne den Gegner zu treffen, immer auf dem Ball. Das ist schon mehrfach passiert und ich bin immer wieder beeindruckt. Ich denke mir jedes Mal, wenn er da zu spät kommt, wird es bitter. Aber er kommt nie zu spät, weil das mittlerweile meiner Meinung nach einfach Können ist und nicht irgendwie Glück, dass der da irgendwie blind reingrätscht. Von daher auch in der Offensive, finde ich, hat er Potenzial. Klar, es gibt viele dieser Halbfeldflanken, die dann irgendwo hin versacken und das regt einen auf. Aber es gibt auch immer wieder schön angeschnittene Flanken. Der kann Ecken treten, der kann auch Freistöße gut an den Mann bringen. Also ich finde, man sieht, was da möglich ist und der hat wirklich Potenzial und kommt mir da viel zu schlecht weg. Also ich höre mittlerweile immer mehr kritische Stimmen und ich verstehe so ein bisschen, woher es kommt. Aber auch da ist es mir einfach ein bisschen zu krass, weil ich finde, das ist ein ziemlich geiler Spieler eigentlich. Von daher, für mich ist er gesetzt auf der linken Seite und ich glaube auch, der wird uns noch Freude bereiten, wenn er denn jetzt weiter Spielzeit bekommt. Weil wie Dennis gesagt hat, ich glaube, das ist vor allem wichtig, um eben diese Fehler, die natürlich passieren auf dem Platz, auch nach und nach abstellen zu können. Und was haben wir von einer halben Stunde gelernt? Hört auf Patricia. Ja, ja. Linnström. Tut mir leid, Rene. Tut mir leid. Ich folge meinem mir selbst gegebenen Rad von vor einer halben Stunde und gebe ihm noch eine Chance, aber viel Luft hat er da bei mir nicht mehr. Ja, er muss ja, wenn du dir anschaust, gerade seine Storyline auch wieder, er hat ja nie mal richtig lange unterm Stück und der braucht diese Zeit, glaube ich. Aber gut, wie gesagt, schauen wir einfach und Kritik, Rene, es ist ja auch berechtigt, es ist nicht alles geil, es ist nicht alles Gold, was glänzt, das ist richtig, auch in dem Fall, ich kann ja dem Punkt von Patricia durchaus folgen, die Grätschen sind ja schon on point, aber wenn ich dann halt auch sehe, wie zum Beispiel bei dem 1-0 von Sporting, wo er dann halt einfach, wenn er zwei Schritte mehr auf den Spieler zugeht und diesen Schussblock, kommt er halt niemals da an, aber er bleibt halt da stehen und guckt halt zu. Und das sind halt die Momente, wo ich halt denke so, nee, bitte nicht. Aber gut, wir geben ihm mal noch die Spielzeit am Samstag gegen Augsburg und dann können wir ja nächste Woche noch mal gucken, wer hier mehr Recht hatte. Ja. Und ansonsten haben wir ja aus dem letzten Bundesligaspiel gelernt, solange es nur vier Kameraperspektiven gibt und der Arm nicht ganz durchgestreckt ist, beim Schubsen ist ja auch alles in Ordnung. Tja. Um das an dieser Stelle noch mal kurz erwähnt zu haben. Ist es eigentlich wirklich so, dass wir laut der wahren Tabelle, heißt es so, Platz 1 sind? Ist das, ist das, irgendeiner hat mir das die Tage erzählt gehabt. Ich habe selbst noch nicht geprüft. Aber das sind ja auch so Sachen, wo sich das gerne mal im Laufe der Zeit hier ausgleichen darf. Ich habe noch nicht reingeguckt, wahrscheinlich zum Eigenschutz bislang, aber ich tue das jetzt natürlich gerne einfach mal, weil du diese Forderung hier gestellt hast und wer auch immer dir das gesagt hat, hat Recht, laut der wahren Tabelle, ihr kennt wahrscheinlich alle die Seite wahretabelle.de, wären wir Platz 1 mit 5 Punkten, um die man uns dezent betrogen hat, nennen wir es jetzt mal so. Ja, korrekt. Genau. Firma benachteiligt, ein unberechtigter Elfmeter für den Gegner, zwei Elfmeter nicht gegeben. Einer davon ist noch gar nicht so lange her und einmal trotz Abseitsstellung gegebener Treffer für den Gegner. und einmal haben wir profitiert, da ist trotz Abseitsstellung ein Treffer gegeben worden. Gut, regen wir uns darüber nicht auf, regen wir uns darüber nicht auf und schauen, dass wir im Endeffekt hoffentlich im Laufe der Zeit da einen Ausgleich noch erfahren, aber soweit gegen Augsburg. Ja, zur Not soll da das Karma schon zuschlagen und uns da drei Punkte schenken, auf welchem Weg auch immer. Ja, was ist denn dein Karma-Tipp? Mein Karma-Tipp ist ein, ich glaube, wir kommen hier aus einem schönen Schwung von der Champions League und gewinnen 2 zu 0. Okay. Patricia, was sagst du? Ich sage, auch wir gewinnen 1 zu 0. Ich bin nicht so optimistisch wie Why? Nee. Also vorhin war ich noch optimistisch vor 20 Minuten, irgendwie hat mich jetzt gerade die Diskussion über dieses Augsburg-Spiel und über Pellegrini so ein bisschen runtergezogen. Ich sage, das wird so ein ganz, das wird so ein 1 zu 1 der ekligen Sorte. Ist ja noch bitterer. Ja. Muss man sich den Käse schon reinziehen, dann geht es auch noch bitterer aus. Dann geht es auch noch irgendwie ohne großen Benefit aus. Sorry für alle da draußen, die das jetzt hören. Vielleicht hättet ihr besser hier nicht zugehört. Vielleicht wird das nächste Woche auch alles viel besser, wenn wir dann über Hoffenheim und Mainz sprechen. Wobei, wenn man so genau drüber nachdenkt, nee, eigentlich nicht. vielleicht wird es auch ganz anders, sondern es wird ein großartiges Eintracht-Spiel und wir hauen da richtig einen auf den Putz. Allein mir fehlt der Glaube. Sorry für das. Wir hatten gesagt im Vorfeld, wir wollten hier versuchen, heute die Nummer in so einer knappen Stunde durchzuziehen. Da stehen wir gerade. Trotzdem die Frage in die Runde. Hier habt ihr noch ein Thema, was ihr unbedingt besprechen wollt. Wollt ihr noch über nicht gegebene Elfmeter gegen Dortmund im Detail sprechen? Ja oder nein? Nein, nein, nein. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Heute nicht mehr. Ich glaube, das fällt auch so ein bisschen unter der Motto, da ist schon viel dazu gesagt worden und noch nicht von jedem. Von daher können wir das, glaube ich, an dieser Stelle tatsächlich dann auch beenden. Und wir beenden damit dann auch diese Folge. Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank, dass ihr bei Folge 496 des Eintracht-Podcasts erneut dabei wart. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche, ein wunderschönes kommendes Fußballwochenende. Auch wenn wir gesagt haben, niemand hat sonst einen Grund, ein Augsburg-Spiel zu sehen. In dem Fall habt ihr ein Grund, weil sie spielen, dann leider gegen unsere Eintracht. Von daher werden wir das alle sehr genau verfolgen. Und dann melden wir uns in der nächsten Woche wieder, ob wir das vor dem Hoffenheim-Spiel tun oder danach. Steht noch so ein bisschen in den Sternen. Haltet da einfach mal unsere Webseite im Auge. Wir werden die Aufnahmetermine für unsere Live-Aufnahme, wenn ihr da mit dabei sein wollt, dort auf jeden Fall im Kalender veröffentlichen und dann könnt ihr ungefähr abschätzen, wann die Folge nach dieser hier erscheinen wird. Bis dahin, wie gesagt, eine schöne Restwoche, ein schönes Fußball-Wochenende und wir melden uns in der nächsten Woche in gewohnter Art und Weise wieder. Bis dahin, macht's gut! Tschö. Hey, hey, that's gotta run for. Hey, hey, that's gotta run for. Outro Outro